Wie kann man dieses Taqbir, wie kann man diese Annahme von Taten hervorheben? Was ist zum Beispiel die Bedingung dafür, dass Gebete angenommen werden? Oder Sadaqah oder Fasten oder was auch immer. Amir al-Mu'minin wurde gefragt, wie viel er denn noch spenden will. Er hat doch so viel gespendet, das reicht doch. Er soll doch ein bisschen einstecken. Und er sagte, wenn er wüsste, dass nur eins davon angenommen wird oder wäre, würde er aufhören. Und das sagt der Imam. Und das ist kein Spaß. Spaß, die Akzeptanz der Taten ist sehr wichtig. Der Prophet sagte zu Amir al-Mu'minin a.s. Wenn du siehst, dass die Leute mit der Menge an Taten beschäftigt sind, achte darauf auf die Akzeptanz der Taten. Die Leute machen viel, aber nur quantitativ, nicht qualitativ. Und wenn du siehst, dass die Menschen sich mit den Mustahabbat, also mit den empfohlenen Taten beschäftigen, achte auf deine Wajibat, auf deine Pflichtteile. Und wenn du siehst, dass die Menschen ihre Dunja schön machen, das haben wir heute extrem, so achte darauf auf die Schönheit deiner Akhirah. Und wenn du siehst, dass die Menschen sich mit den